Hallo und herzlich Willkommen zu Currys Puzzle Von dir mit jedem Sprachkurs in Französisch Willkommen jetzt an der neuen Folge TTIV Geht sogar ohne TTIV Alter was machst du denn da Lenno? Kannst du mal die Knüppel beim Patrick aus dem Hinternehmen man? Ich habe es ganz genau gesehen Lenno Ich habe es ganz genau gesehen Dennis ich wollte mal mit dir sprechen Dennis kommst du mal bitte kurz mit Guck mal das Bild das ist ja schön Okay ich komm mit Wenn ich jetzt so bin hat Kevin Durrissen mich umgebracht Durrissen? Ja das heißt aber nicht dass ich Trader bin glaub mal Kevin Durrissen jetzt geht's gerissen Kevin Durrissen hat schlecht geschissen Komm mal mit mir Alter was habe ich hier für eine Schrottwaffe Der Curry der entführt mich Ja Fies auf mich Muss man sich in dieser Karte ernsthaft mit einer Mac zufrieden geben oder was? Nee quatsch Warum schließt du mich ein? Habe ich das geil finde McDonalds Jetzt sitzt aber auch wie ein Currys You have ne Hausierung Er hat lange gearbeitet dafür Ja hart Roomtour hier von Currywurst Der armen Curry jetzt reicht schon Kevin was soll Ey geil Ist ja die AUG auch hier Cool Wie ist denn die? Wie ist denn die auch? Gut Die ist ganz cool Macht ordentlich Schaden Kevin was a traitor? Den hätte ich nie von dir erwartet Curry Mit Dennis Oh da macht er hier Spielchen Und die Tür geht auf und zu Und das ist der Major Okay Das ist ein Terrorspielchen Psycho Ach cool mit der kann man auch anvisieren Die ist wahrscheinlich eine der besten Waffen oder? Ja ne also die verziert hier mega Ja? Ja Ah ok Hallo Patz Warum bist du verletzt Leno? Weil ich den Kevin erwischt habe mit Dennis Ich bin absolut Absolut Achso Wer hat das Licht ausgemacht? Das kann aber jeder machen Das kann Ja das stimmt Ok Curry hat Dennis getötet und du hast deinen Curry getötet Ich hab Angst Ich vertraue euch gar nicht Ich gehe raus Hä? Ich bin ja wohl der provenste Prover aller Provens Natürlich Klar Ach guck mal den kenn ich Mensch ja hallo Na du Jo Was macht die Temperatur bei dir so? Was sieht das aus? Ich hab Angst Hier läuft bei dir Guck mal meine Waffe hier rein Hallo Achso ist zu Da ist ja auch irgendwie der Astrolpum Aber hier ist hier Ich sperre mich jetzt hier ein Geht nicht Schmeiß dich mal rein Moment Ne Ne 99 Moment Wannst du warum so ruhig? Ich reagiere im Dunkeln Walle Bist du noch da? Ja Ich dachte du bist tot Tatsächlich nicht ich hab mich hier eingesperrt Hast du Angst vor dem Donner? Eingesperrt oder Bronzebärt? Eingesperrt 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 Curry und Dennis wurden umgebracht von wem? Lenno Curry Und ich hab Curry umgebracht Okay Und Taros ist Spectator Und Curry ist confirmed als Traitor Okay Ja super Ja kommt in die große Halle Wir machen den Wir machen den Run over Showdown Ja los Lenden wir uns tun Geh weg Alter Das gewitzert Ich hab Angst Ich habe ziemlich Angst vor dem Wetter Das ist echt gruselig hier Mann ey Scheiß mir gleich in uns Boah Wer war das denn? Wer war das? Major hat geschossen oder? Nein Mann Major war das 100 wo? Was hast du denn für ne Waffe in der Hand? Ich hab ne Shotgun Warum liegt der C4 Auf einmal im Demo Warum liegt der C4 Warum liegt der C4? Ja wer war das von euch? Erstmal aktiviert Kann man das irgendwie entarmen? Sozusagen Ja ich weiß Ich wusste nicht wie das geht Weil ich zum ersten Mal ein C4 Ich dachte ich kann das anschießen Weißt du? Das war mein Trick eigentlich Ja ja ich weiß Und es hat nicht geklappt Du kannst es nicht anschießen Das ist eigentlich sinnlos Bleib mal stehen Lendo Bleib mal stehen Das wäre perfekt gewesen Weißt du? Wie auch wenn die Saratza ist So weißt du? Sagt einer irgendeiner hat geschossen Der schiebst sofort auf mich So Ich finde aber geil Wenn der Bronzo Ja weil der vorher doch gesagt hat Major Der Major war das In der letzten Folge ist mir das aufgefallen Und dann habe ich das unterstützt und ermauert Weißt du? Jaja genau Weißt du? Der Traitor springt natürlich direkt so ein Ja der war das Ja der war das Ja der war das Der war das 100 wo? Der Bronzo ne? Der sagt immer Wenn der Traitor ist Sagt der immer Also wir haben die Bananen hier Wir haben die Bananen Mit jemand der Lendo? Ja der Ancikita Stimmt Oh! Hier fallen die Kronleuchter Dennis 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 Schieß Dennis Dennis Ja Saratza du Idiot Willst du mich verarschen? Du hast grad die Kronleuchter runtergefangen Alter du hast grad den Kronleuchter Ey wer schießt denn die ganze Zeit hier Leute beruhigt euch mal Hundertprozentiger Dennis Hört mal zu kurz Hört mal kurz zu Der Saratza Hat grad den Kronleuchter runter Alter Junge Ich hab's doch gesehen Du hast doch oben Lendo du hast es doch gesehen Wie der lügt einfach so klein Jo ist das dein Ernst? Sieht gerade Nein Lendo 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 Schieß ihn tot Leute was ist hier los man Er ist so ein Bruder Trader Ich untersuche den hier Die armen Leute die jetzt hier schauen Wer schießt denn da? Alter Alles eine große Lüge Alter fährst da oben Taros Mann Du Reckzau Du Reckzau Von am Ausrasten Taros ist tot Warum fliegt da ne Badewanne? Ich habe heute Badetag 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 Ich habe heute Badetag Dennis Alter bist du bekloppt oder man? Ich bin's nicht Ich bin's nicht Ich bin's nicht Boah Alter Warte mach mal die Tür zu korrekt Ich will mal was ausprobieren Guck mal guck mal guck mal Achja ne von wem er getötet wurde Guck mal ich stand hier Wie geil ist das denn? Jo man Wie geil Warte die Tür ist los Warte 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 Dennis lebt noch Der steht hier direkt im Raum Ah ah Alter ich wusste es Ich kann in meinen Kopf reingucken Das war super Pass auf Lendo ist es Naja Lendo ist aber tot so ein Scheiß Hä? Nein Hab Lendo doch getötet man Ja irgendeiner ist doch noch da draußen Ok dann war's doch nicht Könnte ich jetzt so töten mich also ich hätte keine Wärte es keine Schau Ich hör C4 Guck 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Das habe ich gut gemacht, musst dir zugeben. Ich bin der ganze Zeit verarscht. Ah Leute. Ich wusste genau, dass du es warst. Die anderen haben mir nicht geglaubt. Wir haben euch alle um den Pier gewickelt, ihr gleich schlafen. Einsatzweise gar nicht. Du hast mich ja nicht getroffen. Aber die anderen haben mir nicht geglaubt, tatsächlich. Das ist krass. Ja, die wissen ja, beim Imperator darf man nichts falsch sagen. Na gut, wir haben jetzt auch total durcheinander gesprochen gerade. Ja, das ist echt wieder katastrophal. Wir hören uns selber. Da ist gerade jemand gestorben. Neu. Was ist das denn? Hier, keiner wird verschont. Da hat jemand gesungen. Ja, sorry. Ich finde das immer so geil, die Musik die ganze Zeit im Hintergrund. Voll die ernste Situation. Kann ich auch hier rausgehen? Ne. Ich finde keine Schrotfinte. Ich auch nicht. Kann nicht sein. Welcher hat ein Messerland? Nein, Mann. Das ist ein bisschen doof, Mann. Ich bin Detective, ihr müsst mich retten. Welcher hat ein Messerland gehabt gerade? Du bist keine Prinzessin, Mann. Du bist keine Prinzessin. Wo ist das denn? Wer ist das hier? Alter, ich sehe nichts so dunkel. Ja, das ist echt viel zu dunkel. Bronze? Bronze. Okay, Bronze tot. Das ist auf jeden Fall Major. Lol. Ähm, da hat jemand den Krohneusch, der gerade runtergeworfen. Ja. Gesundheit. Danke. Gesundheit. Also gehen wir mal durch den Magen. Major ist quasi ein Freekill, Mann. Das ist, ich blicke gar nicht mehr durch, das sind viel zu viele Leute. Der Major ist unten im Keller. Hier ist die vier. Unten ist die vier. Wo? Wo genau? Habt ihr Major, habt ihr Major? Neben dem großen Saal. Ja, super, da bin ich ja. Nein! Nein! Boah! Ay, Angst hab ich auch schon faith Woah Was ist denn los hier? Okay, überliegen Tote Sag mal, wir lebten jetzt noch Nein, sorry, sorry, sorry Geh weg, bleib, bleib Nein Ey, bist du doof? AHHHHH Oh mein Gott, Alter Ich bin an meiner eigenen Ja, das ist doof, wir konnten nicht weg, ne Weil der Sascha Oder wer auch immer da stand, ey Ey, ich werd euch umbringen jetzt, egal ob ihr euch nicht seid Ich hab meine Leiche geschändelt Achso, was sagst du? Ich hab meine Leiche geschändelt Ich werd euch jetzt töten, egal was Kacke, ey, wir haben uns selbst in die Falle gestellt Ja, ja, echt, und das habt ihr auch verdient Aber Sascha, das Leiche war schon, war schon begierdig Ja, echt, ey Ja Erst Hunde, dann Leichen Was ist los mit dir? Ach komm, ja Ich hab das alles vom Master Curry gelernt Die alte Nutte Äh, akk, nachs Nachs, nachs, Alter, die will ich Nachs Nachs Kack, nachs Nachs Ah, ein Radio! Warnse, warum schießt du? Du schießt auf mich! Wer macht hier das Licht aus? Das war ich! Hehehe! Ach Scheiße! Ich bin fast tot, ey! Boah! Major! Warnse, Beard! Was ist los? Ich hab mich voll erschrocken! Ich war in dem Raum! Hey, wer hat mich eingestellt? Nein, ich kam doch hier durch den Raum gerade Du bist ein Geist, Junge! Man kann deinen Namen nicht sehen! Hey, was machst du denn? Hä? Ich bin kein Traitor! Man kann meinen Namen nicht sehen! Hört auf! Weißt du, nur weil er nicht aufnimmt, sagt er, man kann meinen Namen nicht sehen! Das ist Schwachsinn! Warte, warte, wir confirm ihn! Alter, er ist... Hä? Ja, weil jetzt sind vier, Alter! Ich hab die genau unter dem... Du konntest meinen Namen nicht sehen? Ja, aber das... Deswegen konntest du meinen Namen... Hä? Das war aber nicht der Grund, warum du meinen Namen... What the fuck? Wenn du dir einen Geist kaufst, diesen Disguiser oder so, dann kann man keinen... Keine Namen lesen für eine bestimmte Zeit Ey, mein Geist? Jaaa... Ich hab mir gar nichts gekauft, das ist es ja! Oh! Ey, der Server ist weg! Ach, nun ey, was ist denn jetzt los? Es ist F nur vorbei! Die Runde ist vorbei, Freunde! Ja, drunten waren vorbei! Ach, die Runde ist vorbei und der Server ist abgestürzt! Johnny abgestürzt! What's happening?! Ja, ich glaub, das war dann mal ne kürzere Folge mit dem TTT Ach, das war ja auch nie, ja? Ja, die anderen glaub ich auch, ne? Aber die anderen waren ja auch ein bisschen länger, ne? Ja, die anderen waren ziemlich viel länger sogar Also... Da kann sich doch keiner beschweren! Da kannst du drüber reden und Ideen sammeln und ich weiß ja auch nicht! Und die Hauptsache ist, wir haben Spaß, wir haben viel gelacht und wir haben die Leute, die die Regeln oder hier das Spiel super ernst nehmen, die sind ja völlig falsch, weil es geht um Spaß, ne? Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge, hoffentlich! Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Dennis lebt bei Fressen ab. Armreifes Headphone. Tschüss. Wie Dennis den Server gecrashed hat.